wie willst du wie willst du deine kinder den vier söhnen kommen wir machen seine frage runter mit dir antworten nach antworten dann nach bergherde kommt ob ich richtig gehe dann kann da kann ich antworten für die erste sohn abu becker zweiter sohn omar dritter sohn osman und vierter sohn entweder ali oder muawiyah warte ganz kurz ganz kurz abu becker ist kein richtiger namen dem mann gibt es ist eine kunja die man sich immer noch vor des lebens selber geben ja genau